hier ein beispiel aber leider wenn man jetzt sich hoch springen lassen du kannst es doch deine eigene mine theoretisch aber ich weiß nicht das schaden ja wird auf jeden fall ob wir jetzt bei tanks ist ja jetzt auch immer aufkommt ich bleibe jetzt bei ihr soo ok wie sie halt gerade einfach nicht rauskommt so jetzt seid ihr untertickt komm unter meinen schild komm unter meinen schild ja 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 so komm schon ich hasse das wenn leute für einen kill eine ultime anwenden ja das denke ich mir auch mal so warum dann sollen sie halt machen aber jetzt bist du geschützt jetzt da bin ich schützt da so am unter meinen schild das werde ich ihnen so lieben bieten alter das ist gerade so und wieder ehme so 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 ah ah ich dachte da wär mehr da war aber gar keiner was ne kacke was für schlechte ulti grad gründen so hat war so der kann durch meine Gravitationsformen durchchargen jetzt schadst du durch meine ulti durch, das geht doch gar nicht und wie sie sehen vor so mehr jetzt gehen wir nicht auf den geist nein nein hat mein killstreak beendet der war jetzt bis jetzt lebst grad supergut gerade krass schnell vor schnell vor aus den Schatten lass mir nicht so liegen und teer und verteidig den Punkt und du stört, stört, stört mein Punkt du kannst meinen Punkt nicht bekommen oh man rettet springen ah scheiße 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 da von hinten komm der aber meine Gravitationskugel tickt immer noch nein nein fuck it ja die schaffen es halt ne ja unglaublich da steht der jetzt so näher ich werde mich an ihren seelen laben ich werde mich an ihren seelen laben ich habe große Pläne mit dir ich habe große Pläne mit dir ich habe große Pläne mit dir und könnte ich habe große Pläne mit dir nachher wie da Okay, everybody. Also die Sprecher sind einfach auch zu lässig. Oh nein, mann, dieser... Der kommt einfach an und kann mich anchargen. Und es ist total random, weißt du, weil da alle zusammenstehen. Und mich trifft er natürlich. Doch ein schlechter Scherz. Ach nee, wie konnte ich die... Was ist das, wie ich von dem Platz gelöst? Aber gut gemacht von dem Junkrat, der hat die eine Mini auf die andere draufgelegt, sobald der gefangen ist, ist er aus. Jetzt verstand das. Ja, 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 klar. Ich habe immer so gemacht. Aus dem Schatten. Ja, 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 ja. Krass gutes Gefecht bisher. Also macht Spaß. Bis. 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 Oh mein Gott. Ja, scheiß Dreck. Kam zu ner Hand. Wurde nicht mehr hochgeheilt von dem einen. Sieht gar nicht mal so schlecht aus gerade. Ja, dann halten wir gut auf. Dann müssen wir nochmal wieder ran. Ja, alter, was ne geile Runde. Ich hab sie nochmal festgemorft. Was ne super coole Runde. Ohne Scheiß. War ich gut, ja. Boah. Ah, schade. Ich dachte, ich wär's. Schon wieder ne Ulti. Ja, klar. Oh, viel Killz. Eliminierungen. 33. Alter, das viel. Killers ist 50%. Ja, also ich hab zumindest die Einheit, da ich auch was getan hab. Aber so ne, wenn du die festhältst und stunst, also so ne CC-Effekte zählen ja leider meistens nicht so. Ne, leider war das. Siegis Beitrag dazu. 33 Eliminierungen, 21 Todesstöße. Das war die beste Runde, die ich bisher gehabt hab. 18 Eliminierungen. War hin über den Durchschnitt. Ja, coole Runde. Gut. Gut. Untertitelung des ZDF, 2020